Unser finaler Umzug kommt immer näher. Und deswegen muss endlich unser fetter Packschrank stehen. Wir saßen jetzt ernsthaft vier Tage dran. Naja, aber auch immer nur ein paar Stunden. Und ich hab das schon als echt schnell empfunden. Aber so viele von euch meinten, ja, ich hab das in vier Stunden durchbekommen. Ja, schön für euch. Wie? Das Ding ist so ein Koloss. Und natürlich sind Fehler passiert. Guck mal, was ist denn das? Einfach die falschen Löcher getroffen. Naja, abgesehen von den 20 Schubladen. Und dass wir wirklich probiert haben, über die Tage so wenig Krach wie möglich zu machen. Naja, guck mal. Hat sich ausgezahlt. Und wow, ist der schön geworden. Ich find auch, dass wir den echt schön zusammengestellt haben. Jetzt fehlen nur noch die LEDs. Wie auch immer man die befestigen soll. Ja, irgendwie wird immer noch nicht unser Bett geliefert. Und Baby Hades fehlt noch. Aber wow.